Das Training in der letzten Woche war in der Wüste, in der Mojave-Wüste und ich habe versucht, mich wieder an die Temperaturen zu gewöhnen, das ja für einen Europäer sehr ungewöhnlich ist. Ich war eigentlich immer zweimal am Tag trainieren, meistens zwei Stunden, zweimal und habe aber auch ein paar intensive Einheiten dabei gehabt am Berg, damit ich eben nicht nur beim Lockerfahren die Hitzig wohnt, sondern auch beim intensiven Berg auffahren. Heute geht es einmal darum, das Team startklar zu machen. Wir haben drei Autos, die wir ausrüsten müssen. Wir haben das Space Car, wo die gesamte Technik installiert werden muss, die Tonanlage, die Navigation. Dann geht es eigentlich ein bisschen noch darum, die Strecke zu besprechen und am Abend werden wir dann ganz gemütlich bei uns im Haus grillen und die Ziele für dieses Jahr durchreden. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.